Da ist glaube ich auch noch was Nettes. Hallo, Grotter zur Konfirmation für deine Mofa eine Parkscheibe. So, ist es korrekt. Das kann ja deine Mofa parken. Das ist cool. Du, er hätte ja auch von uns Elemente gekriegen können, ne? Das wäre ja sein Alter. Ja, das war mir klar. So, macht ihr noch ein Foto? Die Leute, die jetzt gleich mit uns mit der Bündelbahn fahren, die dürfen sich dann...